willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ihr habt es im bildchen gesehen man konnte man konnte irgendwann nicht mehr hingucken denn es war hier bei dem clan gse warriors mit dem ich oder da wo ich ja mit meinem rathaus 12 die liga gespielt habe war es so ultra spannend wirklich bis zum letzten angriff der letzte letzte der allerletzte angriff hat hier tatsächlich die gesamte liga entschieden und die ganze liga woche hier muss ich sagen war war für mich so ein bisschen sehr sehr aufregend mit drei stern verpassten angriff über ein sterner plötzlich mehrere sogar das zog sich nicht nur bei uns so sondern auch bei den anderen clans war das in etwa so man kann das immer ganz gut auf clash of stats beobachten wieso die einzelnen partien laufen und aber ihr seht unten schon bei uns ist unten der grüne haken klar brauche ich das ergebnis jetzt eigentlich nicht mehr verraten aber ihr seht das ergebnis ist 31 31 also echt der letzte angriff hier hat das ganze ding noch mal entschieden und 0,5 prozent hat dem gegner gefehlt um hier die partie auch noch für sich zu entscheiden denn wir haben 74,13 prozent zu 73,60 prozent hier gewonnen und ihr seht ihr die ergebnisse also sechs minuten verschluss hat der gegner noch mal angegriffen ich 23 minuten verschluss mit 78 prozent noch mal ein paar prozent reingeballert hier aber auch hier war das leid sehr sehr groß denn wir haben hier drei immerhin 33 sterne aber dafür zwei einsterne damit sind die drei stelle wieder legalisiert oder so wie man es halt nennen will und der gegnerische clan hat dann auch noch ein dreier hingelegt aber dafür kein einer also echt ganz ganz kranke gruppe hier sowieso und am ende haben wir wir haben kurz vor ende geschrieben leute war trotzdem eine schöne liege auch wenn der gegnerische clan jetzt ja über 70 prozent holt hatte aber nicht nämlich nur 62 prozent und sie hätten glaube ich 72 prozent machen müssen um uns an der stelle dann noch vom ersten platz zu verdrängen und season result ist dann wir sind aufgestiegen wir sind aufgestiegen hier also wunderbar wir sehen hier wieder kämpfe aus champion 3 und das hat uns natürlich super gefreut dass wir durch unsere defensiven dann doch noch gewonnen haben aber wie gesagt es war ultra stark gute gruppe ultra stark übrigens auch noch verbrannte erde muss ich an der stelle mal sagen die haben sich nämlich richtig hoch gekämpft gegen uns haben sie nicht so gut gekämpft hat mich ein bisschen gewundert dass die spiele die sie danach gemacht haben richtig gut waren 35 sterne und immer über weit über 30 sterne geblieben die ganze zeit und haben sich dann immer wieder nach oben gekämpft also auch da glückwunsch nach drüben a1 ist ganz stabil geworden und dresden unter umständen wollte dresden auch nur absteigen kann auch sein denn irgendwann merkst du auch ist es vielleicht ein bisschen zu schwer aber war eine schöne gruppe hier mit drei deutschen gegnern und aber es war schon sehr sehr aufregend kann ich kann ich euch sagen und denn gerade dass das das letzte game hier wo wir ja glaube ich ich glaube wir hatten hier den ein oder anderen schon im stream mit drin ich habe ja auch aus diesen partien gestreamt und gerade im letzten klankrieg hatte hatten die nummer zwei und die nummer sechs exakt die gleiche base und ich habe gestern schon gesagt diese base hier eigentlich von uns 15 ist jeder in der lage diese base zu dreiern abgesehen davon dass sie entfernt mal hier auf single mal auf multi stand hier stehen sie jetzt beide unten gerade diese hier also ich meine jetzt den und den stehen hier auf single bei der anderen base glaube ich waren sie dann auf multi aber das ist dann auch jacke wie hose also erstmal hier einen kleinen funnel gebildet beziehungsweise schon mal so ein bisschen was raus genommen damit die ballons die ja gleich setzt auf die single infernos nicht irgendwo anders hinfliegen auf der anderen seite mit klons bell ehe drachen und ballons die queen weggemacht klangburg ist jetzt schon draußen auf der anderen seite da waren aber was heißt da waren jetzt nur hexen drin da sind hexen drin die sind ganz schön gefährlich wenn du vor allen dingen mit hog rider angreifst und ihr seht dass hier der drache macht richtig viel oder nimmt richtig viel raus hier so ein ganzes compartment jetzt kommen die loons hiervon ich sage zwölf und drei uhr so so circa und wenn die weg sind dann spammst du hier die hocks rein und die hocks haben jetzt nur noch einen weg durch die mitte glücklicherweise hatte der gegner hier zweimal gleiche base und somit haben diese beiden bases auch mit drei sterne belegt also das hat uns dann ganz weit nach vorne gebracht allerdings haben wir dann auch wieder ein sterner hingelegt und das schmeißt dann leider wieder ein bisschen zurück wir waren aber immer ganz kleines stück vor nur hat der gegner dann ja auch habe ich ja eben schon erzählt auch in drei sterne hingelegt und das auch wieder legalisiert und am ende war es wirklich so wir haben angegriffen kurze zeit spät hat der gegner angegriffen dann haben wir wieder angegriffen und so ging das immer hin und her und in der letzten stunde hier war es war es wirklich war es wirklich ultra spannend so ein paar leute kamen von spätze mit so es auch noch über wollten das ende hier auch miterleben denn hier hat wirklich der aller allerletzte kampf darüber entschieden wer aufsteigt und wer in meister bleibt aber mal sehen ob wir uns in der nächsten saison dann in chem 3 halten können ich denke mal schon der potenzial ist in jedem fall da mit der mannschaft hier auch weiterhin hier gute klarkriege zu spielen gute liga zu spielen und hat auf jeden fall hier gefruchtet also hier waren schon mal die drei sterne wie gesagt die sechs hatte dann die gleiche das 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 sieht man dann immer gerne hatte dann die gleiche base also zwei und sechs waren hier gleich und wir haben aber noch ein dreier hier rein gefahren glaube ich denn es waren ja auf unserer seite waren das nicht drei dreier 123 das war die sechs oder war das jetzt ein anderer klaren krieg habe ich mich jetzt so vertan doch wir hatten doch 33 33 33 ja aber denn hier noch gedreht einmal die vier hier die vier vom tamre das war mal ja das ist eine etwas andere base und auch der war so spannend auch den habe ich schon im live den habe ich eben live stream drin gehabt also ich habe am wochenende live gestreamt für die die es jetzt nicht wussten oder haben oder gedacht haben der toto macht gar nichts beziehungsweise macht jetzt nichts mehr hier auf youtube ich habe jetzt so ziemlich eine woche oder fast exakt eine woche keine videos gemacht lag aber auch so ein bisschen daran dass ich letzten dienstag noch zwei folgen rausgeballert habe dann haben wir mittwochs live gestreamt und ich hatte am dienstag und am mittwoch gast hier bei mir zu hause einer aus meiner community war zwei tage hier zu besuch bei uns beziehungsweise war irgendwo eingebucht in seiner pension und dem habe ich etwas mehr zeit gegönnt als ich das normal machen könnte das habe ich jetzt irgendwo mit meiner arbeit dann verbinden können so dass wir ein paar stunden mehr miteinander verbracht haben was ich auch sehr sehr gut fand aber naja naja und wieder die pausentaste was ich aber sehr sehr gut fand und die zeit hat sich in jedem fall gelohnt war sehr schick ich habe dann auch gleich am mittwoch mit dem live stream auf twitch mit reingenommen und danach muss ich allerdings so ein bisschen die woche aufholen also dann donnerstag freitag hatte ich nicht wirklich die muße mich hinzusetzen um ein bisschen clash of clans für euch festzuhalten ich habe ja selber sehr sehr viel geclashed ich habe selber sehr sehr viel geclashed mit so ziemlich allen accounts glaube ich die ihr so kennt aus den videos hier so will ich das mal sagen war ich mit in der liga und ihr seht heute auch noch eine zweite folge also bleibt dran heute nachmittag kommt noch mal eine folge von euch ein bisschen bisschen anderes genere also hier geht es ja auch die rathaus 12 auf rathaus 12 und heute nachmittag wechseln wir dann die rathäuser aber lasst euch einfach überraschen ich denke das bin ich euch dann auch schuldig dass ich auch mal wieder so ein doppelmontags folge mache ist ja eher ungewöhnlich aber dieser kampf hier der war auch so unheimlich spannend vor allem war der da war der hat zu dem zeitpunkt live im klaren krieg und beziehungsweise zu dem zeitpunkt war ich noch live das aber dann am freitagabend auch auf twitch am samstag habe ich dann ja youtube und twitch mit reingenommen fand ich eigentlich auch mal wieder ganz 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 nett auch wenn wir mal wieder so ein störenden poll da hatten aber ich denke mal irgendwann hat sich das auch gegessen gehabt und hier an der stelle haben wir auch alle gedacht ach jetzt haben die alle jetzt gehen die alle weg ihr alles alle weg vom inferno und machen erst mal die ecke da oben da habe ich ja auch gesessen man was machen die aber noch so viel pecker in der base hier noch so viel die allerdings erst gleich auch noch durch die mauern müssen hier und wer jetzt am anfang auf die zeit geguckt hat da war wirklich nicht da war glaube ich noch eine sekunde oder oder zwei und die müssen jetzt noch durch die level 13 mauern hier und die haben schon ein paar treffer punkte also man sagt ja immer naja mauern werden übersprungen unterbuddelt oder überflogen aber hier waren sie gar nicht mal so unwichtig denn sie mussten hier durch jetzt war da ja schon eigentlich schon loch ich halte das mal an für euch eigentlich war da jetzt schon eine lücke ja und jeder hat eigentlich gedacht naja da oben kommt noch ein pecker hier unten ist die queen die wird jetzt wohl nachdem sie dann den magertum gemacht hat die die lücke nehmen um rum rennen nein die wollte wirklich durch die mauer und glücklicherweise hat der eine pecker jetzt schon der weg ist echt lang hat der eine pecker sich den weg hier durch die mauer gebannt und es war so ultra 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 spannend hier aber fand ich auch ganz gut dann auch wieder in den livestreams viel zu zeigen hier 382 marken dazugekommen mal wieder kein bonus kassiert aber ist nicht ist glaube ich nicht so schlimm ich bin jetzt nicht so bonus geil und mit sechs gewonnenen mit sechs gewonnenen spielen sind wir jetzt also auch hier in champ 3 glückwunsch noch mal an 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 alle die hier teilgenommen haben also auch an clan family die uns so einen harten kampf hier noch geboten haben ich meine wir haben jetzt noch zehn stück drauf bekommen wir waren immer zwei sterne vor denen am letzten spieltag aber das zählt ja nicht da zählt nur das gewinnen plus zehn am ende oder minus zehn beziehungsweise keine zehn mehr dazu bekommen und naja das ist erstmal von hier gewesen ich werde jetzt auch übergehen zu den spätze mit so ist da sind die kollegen leider abgestiegen weil dort drei mannschaften abgestiegen sind das heißt also dort wird erstmal wieder in champ 2 gekämpft aber ich denke auch da könnte man wieder einen toppen und nach champ 1 dann rutschen aber hier erstmal in champ 3 reingerutscht also wirklich noch mal glückwunsch an die die teilgenommen haben coole truppe sind ja auch alle spätze mit so ist leute und am ende denn glaube ich doch verdient hier verdient mit gezittert verdiente angriffe gemacht jeder hat den anderen auch dann hoch gepusht auch wenn es in meinen einsteller war ich habe auch ein ich habe sogar also in dieser liga hier habe ich einen angriff echt verpennt da war mein besuch hier und wir hatten irgendwas anderes zu tun als clash of clans zu spielen und dann auch noch mit einem einsterner wo ich mich ein bisschen verschätzt habe beziehungsweise wo ich mein worden mal wieder nicht rausbekommen habe aus dem aus dem fach am tablet und naja so ist es aber wir haben uns hier gut aufgepusht ich hoffe ihr habt jetzt auch ein cooles liga ende habt die ganzen schön viel marken mitgenommen denn irgendwas steht ja wohl an update mäßig oder so bringe ich euch auch ein bisschen was noch in der woche das ist ja auch nicht ganz an mir vorbeigegangen also alle haben jetzt rat aus 13 videos gemacht nur der toto nicht naja es wird ja irgendwann mal kommen denke ich mal aber da lasst euch überraschen bleibt auf jeden fall am kanal ran wenn euch die folge gefallen hat was das mein ende ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und die glocke da oben stellen damit ihr kein video mehr verpasst leistens werde ich jetzt glaube ich immer mal ankündigen auf den community ich glaube das ist sinnvoller so so bekommt ihr mit wenn ich nur auf twitch live bin meistens mittwochs und freitags also bis dahin hat einen schönen wochenstart euer toto clasht